Was bedeutet mir Musik? Musik in meinem Leben spielt, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle. Sicherlich auch durch meine Familie. Ich bin mit Musik groß geworden und ich weiß, dass Training dich besser macht und die Erfahrung durfte ich schon machen. Deshalb versuche ich wirklich zu 100 Prozent konzentriert zu sein in den Trainingseinheiten, um mich zu verbessern, um mich weiterzuentwickeln. Ja, ich kann mich mit Musik sehr gut motivieren. Ich kann mich mit Musik beruhigen. Ich kann Abschnitte mit Musik gut verarbeiten. Musik hilft mir vor dem Spiel natürlich, mich einzustellen, auf das Spiel, mich vorzubereiten, zu motivieren. Gibt mir auf jeden Fall nochmal den letzten Kick, bevor es dann aufs Spielfeld geht. Bis zum nächsten Mal.